Hallo, wie geht's dir? Geht's dir gut? Hast du Spaß, Deutsch zu lernen? Dein Deutsch ist schon richtig gut und dein Deutsch wird immer besser werden, je mehr Spaß du hast. Und je besser es wird, umso mehr Spaß wirst du haben. Ich hab Spaß, mit dir Deutsch zu sprechen.